In unserem Grundgesetz steckt die stolze 200-jährige Tradition der deutschen Einheits- und Freiheitsbewegung. Die bürgerlichen Rechte und Freiheiten mussten hart erkämpft werden und wir müssen sie auch heute jeden Tag aufs Neue verteidigen. Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr, wenn beinahe jeder zweite Deutsche inzwischen glaubt, sich in der Öffentlichkeit nicht mehr frei und ohne Furcht äußern zu können. Das Demokratieprinzip wird ins Absurde verkehrt. Wenn die Mächtigen behaupten, sie hätten die Demokratie für sich gepachtet und Regierungskritiker vom Geheimdienst als Delegitimierer des Staates verunglimpfen lassen. Ein Inlandsgeheimdienst, der sich als Regierungs- und Etabliertenschutz politisch instrumentalisieren lässt, passt nicht zum Geist des Grundgesetzes. Schützen wir die Verfassung vor dem Verfassungsschutz. Die Rechtsstaatlichkeit ist bedroht, wenn Politiker für sich Sonderrechte beanspruchen und die Durchsetzung von Recht und Gesetz von der Gesinnung abhängen soll. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen staatliche Willkür und Grenzüberschreitung. Sie sind keine von oben zugeteilten Gnadenakte. Nehmen wir unsere Rechte in Anspruch, nur dann gehören sie uns und sind lebendig. Wer die Freiheit und das Grundgesetz liebt, schaut dem Mächtigen kritisch auf die Finger und lässt ihnen keine Regelverletzung durchgehen. Dafür stehen wir als Rechtsstaats- und Grundgesetzpartei.